Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist es so. Willkommen zu meinem Live-Film. Heute auf der Terrasse. Oder Balkon. Zum ersten Mal. Ich hol mir erstmal eine Jacke. Ich hör mich! Musik Ich bin unbufft. Musik 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 Das Spiel habe ich schon mal gespielt, aber hatte keinen Bock, gar nichts zu spielen. Ich habe vergesst euer Tür. Hallo? Ähm, Hilfe? Rette mich! Du hast so flätzende Pizze. Der Kupfer. Wo sind sie? Hinter hier! Hilfe! Ich werde gestoppt. Hilfe! Ich muss hier durch! Von wo hast du die Pads? Schluck! Von wo hast du die Pads? Hast du gekauft? Ja, wo? Ich zeig's dir, komm mit. Warte! Bei dieser Frau da. Wo? Bei welcher? Bei der. Da hinten? Bei der hier, bei mir. Bei der. Du brauchst 50 Münze für ein Pads. Ich werde immer teurer nach ner Zeit. Junge, guck mal, was ich alles habe hier. Bei Tomaten? Lecker! Eine Echse. Ein Apfel. Guck mal, ich habe einen Pinguin als Haus hier. Guck mal, ich habe einen Mais. Ich habe einen Pinguin. Ah, Hilfe! Ich werde von einem Mais verfolgt. Guck mal, was ich habe. Kannst du mir bitte helfen? Ich werde gerade von einem Mais verfolgt. Nö. Guck mal, ich habe einen Pinguin. Guck mal, mein Pinguin an. Guck mal, mein Pinguin. Wie süß. Siehst du dieses Teil neben dem Pinguin? Ding rum. Warte. Zeig. Dieses komische da. Das hier. Das grüne? Ja. Uäh. Was ist das? Ich habe Angst davon. Das verwandelt sich dann irgendwie ein Pinguin danach. Nach ner Zeit verwandelt er sich in ein Pinguin. 15 Pflanzen. Also Haustiere. Ich habe 15. Ich habe 15. Guck mal, was da. Ich habe aber noch keinen. Ich wollte meinen Apfel, Apfelsaft. Aber durfte nicht so, dann irgendwann. wenn es hört. Ein Apfel von mir hat sich pink, ist pink. Ich bin beim Strand. Ja, ich weiß, dass es einer ist. Was kann man denn hier machen? Ich krieg die ganze Zeit Geld für dich ab. Wo bist du? Hier bin ich. Ich male dich an. Ich will dich anmalen. Darf ich dich anmalen? Zeig. Ich will dich anmalen. Guck mal, ich versuch dich anzumalen. Ich habe einen Pinsel. Aha. Ah, Hilfe. Ein Pinsel verfolgt mich. Nein. Hallo, Bürgermeister Pinguin. Gilbert Sonn. Sag du Scheiße, du Gilbert Sonn. Gilbert Sonn? Den kenne ich nicht. Komm mal. Komm mal zum Spawn. Komm mal. Ja? Du bist ein dummer Mensch. Guck. Da wundert sich, warum sich der Baum nicht bewegt. Hm. Guck mal, was er macht. Das ist Gilbert Sonn. Hi. Geil. Leute. Ein Elfvergießkandel. Ja. Das ist ein Grille. Ein Elfvergießkandel. Woher? Hallo? Woher? Ich kann es nehmen. Das ist wahrscheinlich auch unser. Der Flui. Ein kleiner Pilz verfolgt mich. Hallo? Ich habe drei Pilze. Aber ein kleiner Pilz verfolgt mich. Ich werde von 15 Dingern verfolgen. Ich habe mir eben Geld gekauft. Echt jetzt? Ja, ich brauchte Geld. Ich hatte keinen Bock zu arbeiten. Brrrr. Als ob da ein... Komm mal, Yusuf. Komm mal. Ich komme. Ich komme. Ich komme, was hier auf dem Baum ist. Ich komme, was hier auf dem Baum ist. Ich komme, was hier auf dem Baum ist. Ich gieß kann nicht. Wie kommt man da hoch? Ich springe auf meinen Kopf. Komm, Räuberleiter. Ja, ich springe doch dann auf meinen Kopf. Komm. Das ist nach vorne laufen müssen und dann springen. Hallo? Lass... Ey, komm. Darf ich jetzt auf seinen Kopf? Komm. Warte. Spring mal. Okay, ich habe sie hier. Okay, jetzt muss ich das nur noch machen. Ich muss ganz schön nach vorne an die Kante. Bin ich. Geh noch auf meinen Kopf einfach. Ich springe. Ich hab sie. Ey, guck. Was soll man damit jetzt machen? Links ist... Was? Ich sag so ein kleiner... Drück mal auf das Symbol da, wo so eine Rute einsteht. Hab ich? Drück mal da drauf. Also auf den Sack. Ja. Bin ich. Und jetzt... Soll ich auf die Gießkanne drücken? Ja. Hab ich. Ich mach weiß. Und jetzt... Und jetzt verwandelt der sich halt. Hast du auch meist drauf gedrückt? Na komm. Ja. Ja. Hilfe. 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 Müsst du schon. Ja. Was ist das denn? Ich brauch auch einen Pinsel. Guck mal. Ich hab ein Setzling. Guck mal mein Tier an. Das ist voll klein. Guck mal. Das ist ganz hinter. Das ist braun. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist eine kleine. Warte. Zu drei. Komm mal an. Hier. Guck. Hier dieses. Ja. Ja. Ich verquetsche es. Orangensaft. Kartoffel 1. Den einen hab ich einfach brrrr. Zeig. Äh. Ja. Find die. Find die doch brrrr. Okay. Dann komm. Ich such ihn. Ich such ihn. Ja. Dann komm. Finde brrrr. Gefunden. Heißt er. Brrrr. Ja. Guck mal. Ich kann. Warte. Ich mal dich an. So ich dich mal anmalen. Wieso hast du einen blauen Pinsel und dich einen roten? Äh. Weil meiner mehr Geld gekostet hat. Was ist das? Meine kostet ich glaube ich 16.000. Deswegen. Guck mal zu verkaufen. Ja. Ah. Das ist so nett. Du ver- Was ist das? Äh. Das fühlt sich dran. Das fühlt sich dran und dann leuchtet. Ich schau mal. Jusuf. Hm. Ich schau mal. Ich schau mal. Tschüs du auch vorne ins Wasser. Junge. Der eine will nicht rauskommen. Guck mal. Jusuf. Der eine will nicht rauskommen. Der eine braune da. Der eine kleine braune. Der eine kleine braune. Der wird sich verwandeln. Guck ich dir an den kleinen braunen. Okay. Mit dem ein Dings, was ich draufkomme. Ich hab jetzt auch eine Orangene. Hm. Ich hab auch eine Orangene. Guck mal. Guck ihn dir doch an, Junge. Warte. Meine Orangene. Wo bist du? ist doch guck ihn dir bitte an welche orangene wo die orangene ich weiß die braune ja da links von dir die hier das eine da mit dem grünen teil noch kommt die hier ja siehst du nicht das ganz braune tier mit dem grünen dingern auf dem kopf siehst du es nicht kann du kannst nicht ins kleine jetzt ist es vor dir ja das wird sich verwandeln kaputt machen der junge ist verwandelt sich bald als ob jetzt guckst du es an guck es an sein auf den das ist ein kleiner thales kommt von fortnei thales ist wieder da das ist zurückgekommen, um uns zu verquetschen. Das ist mein Thanos. Sollen wir was anderes spielen? Ich habe diesen Thanos zur Welt gebracht. Ey, warte mal kurz, lass mal was anderes spielen und ich so rein spiele, ok? Ja, ok. Blocksburg, ne. Geht gar nicht, weil ich habe nicht genug Books. Ach so, das kostet Robux. Ja, 25 Stück nur. Oha. Ich finde es so voll blöd, dass manche Spiele einfach so Robux gucken. Ey, schon mal auf ein Spiel habe ich mich schon richtig gefreut. Auf einmal sehe ich... Robux. Auf einmal? 10,000. Dann habe ich mich noch mal gefreut. Robux. Okay, ich weiß nicht. Sollen wir Speed Simulator X spielen? Aber das ist eigentlich ein bisschen langweilig. Okay, dann nicht. Erstmal, lass mal einen anderen Speed Simulator. Warte, warte, ich schreibe, ich schreibe. Speed Simulator. Da. Geschwindigkeitssimulator. Ja, genau da. Warte kurz, ich kenne einen... Warte kurz, ich such einen, da wo ich schon ganz weit bin. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ein kleines... Du nicht. Ich hab einen kleinen... Misty... Ich hab einen kleinen Sack. Und du nicht. Und du nicht. Und du nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Als ob du das nicht weißt. Bis zum Spiel drin. Abgeschwindigkeitssimulator. Hier ist Speed Simulator 3. Leute, ihr sollt auf mich gucken. Ich bin gar nicht. Spaß, ihr sollt aufs Spiel und auf mich gucken. Wieso zeig ich mit Fingern auf mein Gesicht? Die Fliege... Die Fliege nervt hier beim Aufnehmen. Von BroDev... Unterstrich Develooper 2 1 3. Einmal verlassen. Wieder rein. Dumm... 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 Ähm, bist du hier? Ich ruf euch mal über Dings an. Ah, nein, doch... Mann. Ich wollte eigentlich mit meinem Freund und mit dir über eine Dings reden. Über eine... Wie heißt das? Miss Louis? Ja? Sorry, dass ich verlassen habe. Aus Versehen habe ich bei NoSkin Gang einen Anruf gestartet. Mit meinem Freund und mit dir. Ich wollte mit meinem Freund und mit dir reden. Bei mir wurde es nicht angezeigt. Soll ich nochmal machen? Wieso? Okay, dann nicht. Ich kenn ihn denn gar nicht. Ey, das Spiel ladet irgendwie nicht. Ja, dann verlass. Was? Okay, dann lass... ... ... spielen was anderes. Dann lass... ... spielen. Okay? Ah, Zombie Wash können... ... Zombie Wash können wir doch spielen. Nein, Zombie Wash... Nein, 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 nein. Zombie Attack. Zombie Attack können wir spielen. Ja, okay, geh du schon mal rein. Ja, ich such's gerade. Hier, Zombie-Attack. Ich hab einen Mini-Zombie, der strahlt. Sollen wir hart oder easy? Oh, Junge, das ist das Alte. Warum einfach nur Zorn? Sollen wir einfach gehen? Ich gehe einfach. Ich bin in mein Einfach reingegangen. Dann musst du auch mal einfach reinkommen. Geht nicht, weil du spießvoll. Bist du bei hart reingegangen? Ich, Junge, ich kann nicht mal in... Okay, ich hab verlassen. Mal gucken, geh du jetzt rein. Ich bin nochmal neu reingegangen. Diesmal gehe ich auf hart. Okay. Warte. Ja, ich bin bei dir reingegangen. Oder du bist bei mir reingegangen. Nein, nein. Guck mir mein Zombie an. Ich wusste bei einfach... Guck mir mein Zombie an. Ja, ich hab's gesehen. Das ist ein Boss-Zombie. Wusstest du das? Nö. Ja, ich bin ein Fest-Zombie. Äh, nee, ich konnte nicht in hart... Äh, ich bin ein Zombie. Feuerkanone. Ich hab eine Cobra. Konntest du auch in einfach? Ich bin schon in einfach. Ich hab mich gerade... Ich bin gerade im Zombie-Modus. Pfff... Äh, okay. Komm hoch, Zombie. Äh, wie? Da ist doch so ein Dings. So ein roter Dings. Da rauf. Okay, was ist denn ein roter Dings? Ja, das ist doch ein roter Dings. Ja, das ist doch ein roter Dings. Welcher Zombie bist du? Fest-Zombie. Ah, ich hab dich gesehen. Ich war der Dings. Ich auch. Du warst direkt vor mir. Hallo. Äh, willst du meine Waffe sehen? Miau. Kürze. Guck mal meine Waffe an. An Monster. Möcht mir, guck mal meine Waffe an. Tschüss. Guck, du machst mit Rot. Guck mal. Guck mal. Gold, gold, gold. Die Skokra macht One-Shot. Du musst auf diese drei Striche. Dann kannst du immer noch mal neu kaufen. Mit Geld. Also, ich geh jetzt. Tschüss. Ich geh jetzt. Aufs Dach. An Monster. Ja, ich bin auf dem Dach vom Haus. Könntest du das in Ruhe lassen? Hallo? Was ist los? Piu. Der eine Typ hat mich als kleines Haustür. Also, das ist halt so ein Roblox-Smoop. Pass auf, Duncan. Von dem musst du weggehen. Molotov. Ich kann doch so ein Roblox-Smoop werden. Ja, ich bin Stufe 267. Endlich. Messer, Messer, Messer. Ey, ich bin Level 267. Dann hast du nicht mein Leben gesehen, Alter. Guck dir mal mein Leben an. Siehst du das? Siehst du mein Leben? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Alter, Junge. Ich sag mal, wir will nicht leben, ne? Das war knapp. Ich hab fast gestorben. Messer, Messer, Messer. Ich geh irgendwie so ewig drauf, ne? Hast du sie da selber gesehen? Wenn du die ganze Zeit Hitchat gibst, dann geh und wenn der stirbt mit Hitchat, dann sinken. Ist das, komm ich weg. Aua. Oh, ich bin wieder komm weg. Da ist der Trump. Ah, fein, ne? Tschüss, Dean. Bitte. Ne? Er lasst ihn die ganze Zeit Hitchat geben. Dann spawnt er ohne Kopf. Ich dachte das. Doch, ich, da, der ist, der, der Kopf ist echt kapiert. Von einem ist der Kopf, echt kapiert. Ach so. Ah, Junge, tschüss. Was ist das? Ich wusste, dass ich das nicht kapiert bin. Niemand. Komm. Mach schon. Mach schon. Mach ab. Ne, ne, ne. Der ist fast tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ist auch ein Zombie. Und wenn du ein fest Zombie siehst, dann kill ihn nicht, okay? Der die ganze Zeit springt, okay? Ja. Mistui, ich bin hinter dir. Ah, nein, ich werde gekillt. Ich bin auf dem Hausdach, Mistui. Zombie ist auf dem Hausdach. Hier oben. Ich habe den einen seinen Kopf weggeschränkt. Mistui, hier oben bin ich. Ja, habe ich schon gehört. Komm hier hoch. Aua. Ey, wie kommt der da hoch? Einfach so, guck. Aua. Aua. Nö. Halt mal da hoch. Mach ihn kaputt. War doch keine gute Idee, runter zu gehen. Aua. 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 Also, da kommt er oben. Nein, bitte müssen wir töten mich nicht. Bitte, bitte. Hallo. Bist du so richtig wütend jetzt auf mich? Nein. Komm, ich guck dir mal zu. Ach, Mann. Gerade beim Zugucken, well bestanden. Oh nein. Oder, hey. Sie ist auf dem Fall nicht gespannt. Geht weg, ihr Mut. Komm weg. Ich habe noch keinen Zombie in den Kopf. Hey, warum ist es kein Zombie ohne Kopf? Jeder Zombie hat einen Kopf. Oh nein, es ist ein Enjanged Zombie. Geht weg. Ich mag keine Fälle. Hey, ich habe noch keine Sache. Hey. Du? Da ist da. Okay. Okay. Du bist nicht da. Ich hatte es nur nicht gehört. Ich dachte, ich würde nicht... Nein. Du bist tot. Du bist gestorben. Sollen wir was anderes spielen? Das Spiel ist zu Dings, zu Action. Nee, gar nicht. Komm ich such mal ein Spiel, was wir gleich spielen können. Ich such schon mal ein Spiel, was wir gleich spielen können. Molotov! Nein! Was ist denn? Giant Dance of Simulator, da gibt es jetzt Thanos. Ich muss direkt gucken gehen. Direkt gucken, wie viel er kostet. Schwer dann zu zweit, okay? Aber ich habe ein kleines Problem, und zwar, dass mich übelst viele Zombies angeln. Ach, ich sag eh schon, Robux kostet Robux, der Thanos. Sag ich schon mal. Ja, wahrscheinlich. Nein nicht. Da ist bei jedem Spiel. Oder eine Billion Coins. Nee. Ich habe mich selber. Ich glaube ja, weil voll viele möchten gerne haben. Ich bin tot. Was ist das? Was ist das? Dark Mellow? Mellow? Es gibt's Dings. Es gibt's einmal... Thanos, 750 Robux. Es gibt's einmal den Neon Marshmallow, den normalen Marshmallow und den Dark Marshmallow. Junge, hier, wir kriegen mal einen Schlüssel. Äh, die, 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 die. Du, 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 du. Ah, Junge, ab Stufe 20. Was? Wo muss Stufe 20 sein, um ihn kaufen zu können? Komm, Moin. Ich komm' bei dir, doll. Und, kostet's echt, Robux? Ja. Ich mach' gerade Hype den Tanz. Komm, Moin. Bei mir ladet das noch. Und jetzt orangene Gerechtigkeit. Hier, ich mach jetzt mal... Boogie Down! Ey, warte kurz! Richtig gesuchtet, ne? Wirst du? Ich mach gerade Boogie Down. Wusstest du das? Hast du das Spiel richtig gesucht? Nicht richtig. Aber du hast wahrscheinlich schon gesucht. Was? Du hast wahrscheinlich schon gesucht. Ein bisschen. Ein bisschen. Wird nur fies. Ich mach gerade Boogie Down. Oh mein Gott! Ich mach halb. Was? 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 Okay, bin wir da. Ey, wie klingt man so groß besser? Ey, was? Wie klingt man überhaupt so groß wie du? Wenn du so viel tanzt. Ach so. Bist du gerade bei mir? Ne, ich bin bei meinem. Bist du neben Marshmallow? Nein, nein. Neben mir oder wo auch immer? Ja, ich war... Ja, neben dir. Da hinten. Hallo. Ich komm gerade zu dir mit Boogie Down. Aber jetzt... Zuerst geh ich mal zur Mitte. Zu Thanos. Hey, zu. Ich muss einmal was gucken in der Mitte. Was hier neu ist. Was? Ach so, man kann auch so... Ah, okay. Ich dachte, das ist... Mal gucken, was hier in der Mitte gibt's. Kennst du ein paar Code? Nein. Ah, doch! Welchen? I... Also ganz groß. I like coins. Zehntausend Coins. Muss man auch mit Abstand schreiben? So ein... Nein, ohne Abstand. Ohne Abstand. Ohne Abstand. Like... Coin. Ne. Geht nicht. Ich glaub, weil das ist ein alter Code. Bin in der Mütung. Oh, ich hab Fettes bekommen, der englische YouTuber. Wen? VetDev. Nochmal. Wer ist VetDev? Das ist so ein YouTuber, der nicht redet. Po... 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 Poke. Ich hab auch... Alex. Ich hab Alex bekommen. Wer ist Alex? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist ein YouTuber. Aber ich weiß nicht welche. Ich hab... Okay, jetzt... Ja, was bringt das? Ja, Jusuf. Achso, da vorne bist... Hi! Ich mach halt... Hi! Ich hab halt... Boah! Spaß! Was sind das für Teile? Was bringt das? Ich mach erstmal Level Up bisschen. Ah lol! Bei dem... Bei dem 80er-Taus-Ding... Kriegt man so'n YouTuber-Kristall... Bei dem... Bro... Man kriegt so'n echt die Tiere. Das... Guck mal! Hm? Warte... Du siehst es jetzt. Du... 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 Hey, was? Ey, diesen Tanz feier' ich! Okay.